Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Gangbeasts gemeinsam mit Palette und Maudado. Bewertet gerne das Video, schaut in die Beschreibung, das sind ja alle verlinkt. Wow, wow, wir haben das Spiel vor zwei, drei Jahren oder so sehr viel gespielt. Ich hab dazu auch ein bisschen was hochgeladen, na bitte. Wow, hier muss man sich verprügeln und dann ausknocken und dann runterkicken. Komm her, du kleiner alter Mann, doch, kann ich. Ja, da ist er drunter, jetzt ertrinkt der, guckt's euch an, wie er leidet. Guckt's euch an. Warum lebt er noch? Warum lebst du? Hallo? Warum aufzuleben? Bitte, bitte, kraft mich und eb mich hoch. Nein, nicht schlagen. Ich, ich, ich bock's nicht da runter. Du hast nicht, ich hab dich da grad runtergeschleudert. Guck mal, Maudado. Er hat mir wehgetan. Wer, der alte Mann? Ja. Ja, dann brech dich, hier, mach. Aber soll man nicht die andere Wange hinhalten? Ja, soll man. Aber mit andere Wange meint das Sprichwort deine Faust. Er ist so weit unten? Warte, okay, ich hab ne Idee. Mach mir erst mal die Zaun weg. Nein, nein, nein. Ja, bitte. Okay, dann hilf ich dir. Was bist du denn heute? Oh, okay, tot. Ja, ich hab ihn! Sein Cape! Sein Cape! Er tut mir weh! Oh, verdammt. Bitte nicht, bitte nicht. Ich bin... Oh, da bin ich wieder. Okay, ich komm mit. Frieden! Was? Äh, Maudado? Maudado, nein! Ich dachte, wir haben hier gemeinsamen Spaß. Komm zurück zu mir. Das schaffste, oder? Oh, hä? Hä? Ada! Komm her! Ja, fein machst du das! Ich bin da! Ja, ja! Ja, ja, hier schon zum letzten! Warte, wir beide! Das Riesenrad hat mich nicht umgebracht! Ja, ja, komm mit! Moment! Das ist nur noch ein Paddy, äh, nur noch ein Brülldien! Ja, hallo! Und rein! Festhalten bitte! Ja, ich geb mich fest an dir! Mach das! Ich hab mich hier irgendwie an der Stange fest, ich glaub das raste gleich aus! Ja! Und wir fahren im Kreis! Ja, ist mir egal! Oh, wie romantisch siehst du denn Kauslein? Ja, es ist gerade echt, oh Gott! Ich seh gerade nur unser Ende! Wie süß! Palette schaubt hier rum im Mimmel! Wie langweilig ist das? Hallo, Mann! Wie langweilig! Wie langweilig! Nochmal ne Runde! Und jetzt katsch ich dir eine, du kleine süße Maus! Nur Spaß, ja? Nicht runterkicken! Nur ein bisschen Spaß haben! Nee, ich hab keinen Bock mehr! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Unterbricht doch nicht die romantische Session hier! Komm ich komm, ach man, ich komm ja nicht rüber! Jetzt ist es umgekippt! Komm her! Komm, komm doch her! Geh doch weg! Komm her! Ich wollte dich umarmen! Wie? Ich soll ihn fertig machen? Okay, jetzt! Das mach ich! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn wieder! Lass mich runter! Lass mich runter! Oh Gott! Nein! Es bricht zusammen! Was?! Also, verdient! Du, du, du weißt schon... Warum cheatest du? Warum cheatest du? Warum cheatest du? Was war... Ich wurde weggeglitscht! Ja, ich hab gewonnen! Hast du das gesehen, Palette? Ich bin süß! Nee, ich hab nichts gesehen! Naja! Okay! Alles gut! Du bist leider zu weit rausgeschwommen! Ja, ja! Das war einfach meine Schuld! Du musst das nächste Mal mehr darauf achten! Das sind diese gefährlichen Strömungen, die einen ins Meer raustragen können! Ja! Innerhalb von einer halben Sekunde! Die gibt's wirklich nicht! Scheiße, Alter! Oh, guck mal nicht mal eine Sekunde! Alle ausgehalten haben! Ja, ich weiß! Weil ich ein Lappen bin! Äh, da... So, genau! Okay, Frieden, warte! Der versucht schon wieder was! Frieden! Frieden! Ich komm rüber! Meine Insel! Meine, meine Insel! Unsere! Wir sind nur noch ein paar! Okay, unsere! Okay! Frieden! Frieden! Wir isolieren uns! Wir isolieren uns! Oh Gott! Alter Mann, geh weg! Ich wollt mit der Katze alleine sein! Oh nein! Ritte mich Katze! Du kleine Made, du! Das war schön! Direkt, direkt! Direkt auf dich! Ja! Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh ne! Hä? Was ist bei meinen Händen? Was war ich? Nee! Das Glas essen! Ich hab ihn jetzt mal kaputt machen! Der ist auf meinem Kopf! Jeehaar! Hör auf, wie zu reiten! Wir sind nicht bei Mario! Oh Gott! Und Yoshi! Oh! Nee! Ja! Ich hab ihn gleich! Modano, hilf mir doch bei dem einen! Der ist wirklich noch! Oh Gott! Oh nein! Ich hab die Ratte! Glücklicherweise! Oh Gott! Hilfe! Du kriegst auch ne logische Kopf! Ja, danke Leute! Ihr seht echt nett! Kein Problem, Modano! Absolut kein Problem! Was ist das denn? Oh Mann ey! Ein Sieg! Verdient auch, finde ich! Also, warte, der erste Kill war durch den Glitch? Wegen dem Spielen anscheinend bis 4! Warum? Ich weiß es nicht! War keine Absicht! Ja, wir haben beide dasselbe gemacht! Wir haben uns einfach genommen und sind nach rechts gelaufen! Richtig dumm einfach! Jaaa! Wir wollen ja für den Sieg gönnen! Dankeschön! Weil wir haben gehört, Modano, du hattest in letzter Zeit viele harte Schicksalsschläge und da wollten wir dir einfach ein Lächeln aufs Gesicht zaubern! Danke, dass ihr mich denkt! Ah! Lass doch den alten Mann in Ruhe! Was ist denn das hier? Oh, guck mal, der ist lange! Ich weiß, ich weiß! Der ist richtig... Oh, oh, oh! Oh mein Gott! Bitte! Geh doch nicht auf mich! Ich geh zu ihm! Ich bin keine Spinne! Ich bin der Manuel! Attacke! Nein! Hä? Ja! Was war das denn schon wieder? Der alte Mann fällt? Und du, du lachst? Ja, du bist... Ja, da hab ich dich überrascht! Das ist wirklich... Ne, das war einfach menschlich gesehen wirklich ganz schwierig! Ich bin ne Katze! Achso! Komm! Oh ja, komm! Komm mit! Da kommt ein Zug jetzt, ne? Da kommt ein Zug jetzt! Haha! Oh! Ich hab ihn schon! Oh! Nein! Maudat! Aus! Aus! Ja, ich hab ihn! Ne, hab ich nicht! Der lebt noch! Nein, ich möchte das nicht! Sag mal, willst du mich eigentlich... Oh, oh! Oh, oh! Er ist... Oh nein! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Bitte, 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 bitte! Wir nehmen... Okay, Frieden! Wir müssen jetzt hoch! Weil jetzt gleich kommt ein... Er ist tot! Nein! Maudat! Du, du kleine... Süße Maus! Ach, da? Da lachst du dann? Ne, hab ich nicht! Das ist wirklich traurig! Ich hab nicht gelacht! Du hast richtig dreckig gelacht gerade! Ja, ja! Hab ich auch gehört! Mach mal ihm lachen! Maudat! Da! Schneid das dran, bitte! So, und jetzt! Nein! Warum grabst du mich denn an? Ich grabbe! Ach so! Okay, dann grab ich dich auch! Nicht hauen! Ich hab dich einfach nur! Komm! Wir gehen spazieren! Nein, nicht wehren! Nee, ich wehren bitte! Nicht wehren! Ich mach doch nix! Du wehrst nicht! Nö! So nicht! So nicht! Du hast dich gewährt! Ich dachte, wir genießen das zusammen! Nein! Nein! Nicht umbringen! Warum denn immer töten? Warum denn immer töten? Lass doch mal Frieden! Hallo, Frieden! Ich bring dich jetzt um! Frieden! So, runter mit ihm, Paluna! Also, das ist doch einfach nur lächerlich! Ich steh für Frieden und dir steht einfach nur für Hass! Jetzt mach mich die Scheibe kaputt! Ja! Ich mach dich kaputt! Nur am Randalieren, genau! Du warst mich kaputt! Ja! Scheinbar! Oh! Nehm ihn jetzt! Nehm ihn jetzt! Bitte bring ihn einfach um! Der hat's nicht verdient! Ah! Der hat's wirklich einfach nicht verdient mehr! Oh, oh! Er hat mich! Ja, ja, nimm ihn! Nimm ihn! Und jetzt katsch ihm eine rein! Okay! Nein, nicht er dich! Oh, verdammt! Okay, ah, sorry! Ich war jetzt verstanden! Ich weiß! Du kleiner Dulli, du! So, jetzt katsch ihm eine! Gib ihm richtig an! Nicht er dich! Jetzt wird meine Hände! Er rafft das nicht! Oh, ja! Oh! Jetzt aber! Du aber ihn jetzt! Das ist jetzt meine Chance! Ja, ich mach ihn jetzt! Okay! Er hat's verstanden! Perfekt! Reif ihn doch! Okay! Nein! Es gab leichte Probleme in der Ausführung! Ja, nee! Ich glaub einfach, du hast es immer noch nicht verstanden! Warum ist Morado so krass? Ich weiß es nicht! Ich sei... Ich rutsch! Ich rutsch! Hallo Spiel! Oh mein Gott! Er legt dem Wachen und jetzt trete ich noch drauf! Das... Das hört sich euer Ernst, oder? Du schaffst das, Mann! Du schaffst das nicht! Das Spiel... Ähm, doch ist es! Hallo Spiel! 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 Ich hatte keine Chance zu spielen! Witzig eigentlich... Nein! Manu! Der alte Mann! Das kann man... Das ist doch nicht... Mein Po an! Erst werde ich komplett amortiert durch den Glitch! Und jetzt glitscht es nochmal und ich verliere deswegen nochmal! Ja, es ist immer das Spiel schuld! Ja, es ist halt wirklich! Also ich weiß nicht, wen ihr dafür bezahlt habt! Immer das Spiel! Ja! Immer sind die anderen Schuld, wenn ihr... Enjoy Beef! Manu, warum suchst du auch direkt wieder Stress? Was? Das ruhig doch! Ich wollte dich umarmen und mit dir tanzen! Ja! Ich werde da jetzt hoch! Okay, ich auch! Oh, shit! Äh, Mist! Hat der gerade geflucht? Ich glaube schon! Das macht sehr Spaß hier oben! Ich hab nen Prop! Ja, was denn? Bist du dazwischen, ne? Ja, ich bin dazwischen! Du hast es korrekt erkannt! Okay, ich bin oben drauf! Was mach ich jetzt? Ui! Ich bleib einfach hier! Warte, bis ich runter falle! Irgendwann hatte ja keine Lust mehr sich zu halten! Manu, warum bist du hier? Warum? Manu! Manu! Wirst du Manu den Punkt unbedingt gönnen? Jetzt geh ich auf dich, du kleine... kleine Süße! Hilf mir! Ich helf dir! Ich hab dir geholfen! Perfekt! Ich hab's geschafft! Und Runa mit mir! Wow! Da liegen die beiden! Ah, Manu hat nen Punkt! Ich hab nen Punkt! Ich hab nen Punkt! Manu hat nen Punkt! Ach, ist das schön! Du bist ein Punkt! Warte mal! Ich kann mich doch anpassen! Hier! Ich hab jetzt auch lange Haare! Jetzt seh ich aus wie ich! Uuu! Uuu! Schüss du kleiner! Oh! Was willst du denn, Alter? Mein Frieden! Hoppa! Hoppa! Nicht runterkicken! Wie viel fahren, ja? Okay, da runterkicken! Schüss! Oh nein! Ja, ich hab ihn! Hab ich nicht! Ich wart vorne auf dich, Manu! Oh, ich muss... Nein! Juck! Oh, jetzt tot! Ich hab nen Mann getötet! Hat sich gut angefühlt! Nicht hauen, ja? Okay! Natürlich hau ich dich! Hä? Warum? Hä? Ich darf... Wir sind jetzt... Mann! Modado kennt nur Hass! Das stimmt! Ich bleib jetzt hier! Hastado! Ich bin jetzt der Zugführer! Okay, warte, kann man sich irgendwie hinlegen? Ja, so kann man sich hinlegen! Jaaa! So? Ja, und dann? Ja, und dann geh ich rückwärts nach unten und dreh dich! Okay, mach das! Das wird mir gefallen! Kannst du das? Probier mal! Mach mal jetzt! Ja! 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 Ich komm! Ich komm! Ich geh mit dem Kopf an deinen Fuß! Perfekt! Du trittst halt wirklich! Nice! Nimmst aber meine Haare! Willst du dich mein Haar... Lass meinen Schwanz los! Lass mich jetzt... Ganz ernst, ne? Wie das hier schon wieder aussagt! Lass mich loslassen! Hallo, ich kann mich nicht mal drehen! Du drückst mir jetzt in die Ecke! Hallo! Ich möchte mich drehen! Spiel! Ich drücke nach unten! Das passiert geil! Ich hab keine Chance, irgendwas zu machen! Hahaha! Ja, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich wirklich schrecklich an! Jetzt lass mich doch! Bitte! Wirst du gerade überhaupt beim Bewusstsein? Nein! Ich kann... Es macht keinen Unterschied, ob ich Bewusstsein habe oder nicht! Hallo! Was... Was tun wir hier? Bitte! Oh nein! Okay, ich gehe! Ich... Ich gehe einfach! Nein, lass mich jetzt mal, Odardo! Ich... Freiheit... Musst du mir auch mal gönnen! Er ist wieder in der Ecke! Nein, nein, nein! Hahaha! Du Kranker! Lass mich! Danke! Wird er nicht jetzt gleich auch so richtig eklig schnell... Ja, wird er gerade... Oh mein Gott! Oh nein! Nein, 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 nein! Sag mal... Wie kann das sein? Ich schlag dich die ganze... Wir hauen mal ein paar Lälle! Versteh ich? Hauen nicht? Ja doch! Links und rechts und Kopfnüsse verteilen! Ah, die Kopfnüsse mache ich die ganze Zeit nicht! Das war die Taste, ne? Ah, ja, 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 stimmt! Stimmt, stimmt, stimmt! Ja! Ja! Nein, 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 nein! Bitte! Nein! Da ist der Zug! Ich lebe! Ja! Ich bin runtergesprungen! Oh mein Gott! So ein... Ich hab zwei! Mami! Ich kann das doch schaffen! Palette Opfer dich für mich bitte! Oh nein! Oh nein! Opfermodus eingeschaltet! Fleischfabrik! Ich helf dir! Und du hilfst mir! Ich komm! Okay! S... S down! S... S unten! Ah! Oh, sorry! Da hab ich meine Kraft nicht ganz unter Kontrolle gehabt! Oh ja! Jetzt schön von hinten ne Kopfnuss geben! Ja! Ja! Ja, ich hab ihn okay! Und jetzt opfer dich! Mami! Mami! Ja! Was hat er je für dich getan? Danke! Der alte Mann! Ich komm mit! Nein, Palette, bitte! Ich find da noch rein! Bitte! Ich bin zu blöd, um mich zu opfern! Was soll das denn? Was das? Ja! Hab ich... Ich hab gewonnen, ne? Hab ich wirklich gewonnen? Du hast gewonnen, Mami! Okay! Du hast es geschafft! Gut! Dann Dankeschön fürs Zugucken, Leute! Schaut doch gerne in die Beschreibung! Da sind alle verlinkt! Bewertet das Video! Bis Daniel! Euer Spackrenjul! Tschüss! Bis Spackrenjul! Tschüss!